Wie war es in Freiberg, in Sachsen, in Tivoli? Ja, na klar, wir sind ja vor allen Dingen in jedem Jahr dort auch in Freiberg. Es war also in Freiberg in Sachsen, im Tivoli. Und das war damals so Haukas Städte und mit Tischen und weißen Tischdecken. Und es waren vielleicht so 350, 400 Leute, die zum Tanz haben wir gespielt. Und das war da unsere erste Veranstaltung. Wir hatten 15 Lieder drauf, das erste hieß Venus von Shocking Blue. Und als wir nach einer gewissen Zeit die Lieder abgespult hatten, haben wir wieder von vorne angefangen. Aber es gibt heute noch Leute, wir spielen ja in jedem Jahr dort am 19., manchmal auch zwei Tage hintereinander im November in Freiberg im Tivoli. Und da kommen dann schon auch zu den neuen Fans manchmal, welche ich war dabei damals. Wir haben hauptsächlich die Pirbel, Yoga, Pauling Stones, Led Zeppelin und andere nachgespielt. Und hatten logischerweise 1969 noch überhaupt keine eigenen, überhaupt keine Idee eigene Titel zu machen. Wann fing das an, dass aus den Pudis, dass dann Texter kamen, die für euch geschrieben haben? Das war so, dass wir 1971 hatten wir den ersten Fernsehauftritt in der Sendung Bazaar in Leipzig. Da hatten 150 Jugendliche aus Garteling zum Fernsehen geschrieben, wir wollen die Pudis sehen, die kannten uns aus der Live-Szene. Und die haben dann zu uns gesagt, okay, eigene Musik, deutsche Texte, was wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten. Und Wolfgang Tilgner, Maschine, hat dann den ersten Titel gemacht, Türen öffnen sich zur Stadt und Wolfgang Tilgner den Text dazu. Und wir hatten also einen riesen Erfolg. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück, weil gerade zu dieser Zeit, so Anfang der 70er Jahre, gab es so die ersten Rock-Hit-Paraden im Radio. Franks Beatkiste zum Beispiel hat Frank Stilberg und anderes. Es gab auch schon so ein bisschen Fernsehsendungen, wo mal ein Rocktitel gespielt wurde. Und wir hatten dadurch riesen Erfolg. Es gab die Konkurrenz auch nicht so groß, vielleicht fünf Bands oder was, oder vielleicht zehn oder so. Und dann ging das los. Wir hatten erstaunlicherweise riesen Erfolg. Und natürlich mit Musik, dieser Titel, Türen öffnen sich zur Stadt oder Geht dem Wind nicht aus dem Wege, waren ja doch Titel, die so ähnlich klangen wie Juba Raib und Die Pörbel. Aber dann hatten wir 1973 wieder Glück, der Filmkomponist Peter Gotthard, der die Musik gemacht hat für den Film Die Legende von Paul und Pauna. Da war es vorweg, aber macht nichts. Nein. Ja. Der suchte sich eine Band, das waren wir, und hat dann diese beiden Titel komponiert. Geh zu ihr und lass deinen Dach ansteigen und wenn der Mensch lebt. Und dadurch haben wir natürlich ein größeres Publikum erreicht. Es war natürlich so, dass wir sehr viel, also wir haben in jedem Jahr drei Hits gehabt und das ging dann eben bis 1989 immer so zwei Schritte vor, eins zurück. Es gab ja auch manchmal Schwierigkeiten wegen irgendwelcher Äußerlichkeiten. Aber eigentlich hat sich die Popularität immer mehr gesteigert. Wir haben fast in jedem Jahr eine LP gemacht. Damals hieß es ja noch LP. Und als wir dann nach 1989 haben wir eine Goodbye-Tour gemacht zusammen mit den Lords durch ganz Deutschland. Und da hatten wir 15 Millionen Platten verkauft und waren in 20 Ländern. Und das war auch der Grund, weswegen wir aufhören wollten zu dieser Zeit. Goodbye-Tour gemacht, weil wir gesagt haben, das dreht sich um Kreise, was wollen wir noch und so. Und dann kam die Wende. Wir hatten insofern Glück, ich habe ja gerade erzählt, dass wir, ohne dass wir wussten, dass die Wende kommt, aufgehört haben. 1989 Goodbye-Tour gemacht und dann haben wir bis 1992 überhaupt nicht gespielt. Das heißt also alle, die in dieses Loch, Kulturloch, es gab keine Veranstalter und die Leute wollten auch nur unbedingt mal was anderes sehen. Alles das, was sie so viele Jahre aus dem Westen nicht hatten, zum Beispiel die Rolling Stones und andere. Und als wir dann 1992 wieder angefangen haben, war es eigentlich schon so für uns. Wir haben da in der Nähe von Dresden in so einem kleinen Dorf gespielt und dachten, es kommen 500 Leute. Zum Schluss waren es 3000 und die Leute hatten auch immer zu uns gesagt, warum spielt ihr nicht und so. Es war einfach wieder spannend für uns nochmal mitzumischen. Wir hatten ja auch eine Menge Westerfahrung. Wir waren ja schon seit 1975 im Westen unterwegs gewesen und das hat uns natürlich geholfen. Und dann haben wir 1992 wieder angefangen und hatten also eigentlich nicht diese Probleme. Ja, ich sehe das übrigens nicht als Privileg. Es ist einfach so, dass sowohl Sportler als auch Wirtschaftsleute logischerweise in der Welt rumreisen. Und es ist eigentlich auch ganz logisch, dass man seine Musik in der ganzen Welt verkaufen will. Natürlich ging das nicht so einfach, bei uns am Anfang auch nicht. Die Leute denken immer, der Honecker hat gesagt, ihr seid die lieben Puddis und ihr dürft jetzt alles. So war das natürlich nicht. Aber wir hatten am Anfang da auch Probleme mit der Reiserei. Aber wir hatten dann eben 1975, 1976 einen Plattenvertrag im Westen. Und das war die Voraussetzung dafür, dass wir dann eigentlich unproblematisch in die ganze Welt reisen konnten und dort eben unsere Musik machen konnten. Und das galt ja dann auch nachfolgend für andere wie Karat, City, Silly und so weiter. Ja, also das gilt übrigens auch für den Film Paula und Paula. Da waren wir ja auch zu sehen, aber keine Hauptrolle. Wir waren da so nebenbei aus. Es war natürlich schön, lustig und interessant, vor allen Dingen solche Drehtage mitzuerleben. Den Mario Ador-Film haben wir in München gedreht. Und wir waren die quasi die Begleitband für einen alten Schlagersänger. Der Mario Ador war ein alter Schlagersänger. Aber war ein toller Film auch für die ARD. Ist in der ARD gelaufen 1999. Ja, und also wir haben wirklich das Glück gehabt. Wir haben nur ganz wenige Filme gemacht, aber die waren alle richtig gut. Ich habe immer Angst gehabt. Wir haben ja so oft Angebote gekriegt, Musicalfilme machen oder so irgendwie so ein Musikfilm. Und da gibt es ja viele scheiß Beispiele. Da ist es ja oft so, dass dann die Musik okay und dann wird da irgend so eine Liebesgeschichte darum gestrickt und dann rennt die immer hin und her und so. Aber wir haben Glück gehabt. Das ist uns nie passiert. Es wurde nie realisiert. Aber die Filme, die wir gemacht haben, waren alle sehr, sehr gut. Das ist schwer zu sagen. Ich sage jetzt mal, wir haben ja ein Lied, wir haben ja viele Sachen gemacht nach der Wende. Aber das, was sich, sagen wir mal, durchgesetzt hat an Titeln ist, Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Der läuft also wirklich in der halben Welt. Teilweise dürfen die das gar nicht. Aber in Moskau, die machen da einen russischen Text drauf und in Finnland und in Holland und so. Also dieser Titel hat sich richtig durchgesetzt. Ich glaube, das ist das herausragende nach der Wende. Ansonsten haben wir wirklich viele CDs gemacht. Wilder Frieden und Zufrieden. Und was auch sehr, sehr schön war, zwei Weihnachts-CDs mit eigenen Weihnachtsliedern. Wir hatten nicht O'Tannerbaum, sondern wirklich eigene Weihnachtslieder. Dezember Tage eine CD und Dezember Nächte. Und da haben wir auch Weihnachtskonzerte gemacht. Also ich will mich ja überhaupt nicht festlegen, welche CD insgesamt die bessere, die beste war. Also wir nennen das nicht unbedingt Museum, weil Museum klingt ja wirklich nach Tod. Wir sind schon tot, hurra, wir sind schon da. Nein, hurra, wir sind noch da. Also so eine Pudis-Ausstellung und die Burg wurde dort restauriert mit Landesmitteln. Der Platzeck war der Schirmherr und wir haben da so mit der Burg und der brandenburgischen Regierung zusammen diese Idee entwickelt, die Pudis-Ausstellung zu machen. Unten ist noch eine andere, weiß ich nicht, welche das ist. Die ist so sehr gut besucht und ich denke, das Ganze ist auch sehr interessant. Die ist jetzt schon, glaube ich, im dritten Jahr und wird vielleicht noch eine Weile da bleiben oder vielleicht auch noch woanders mal hinkommen. Was ist da alles zu sehen? Zum Beispiel ein altes Saxophon von mir oder irgendwelche Klamotten von Quaster. Wir hatten ja immer sehr originelle, also ich nicht, ich bin immer, ich habe zwar heute einen originellen Hut auf, aber sonst habe ich eigentlich immer so recht normale Klamotten an. Aber die Kollegen waren doch manchmal recht, ja und wenn man das so sich so anguckt, die Fotos von vor 30, 40 Jahren, das ist schon ganz ulkig. Und da sind teilweise Sachen und dann natürlich die CDs und die Fotos und von den Fans bestimmte Dinge. Also das ist ganz teuer. Ich musste mal unser Buch kaufen, da steht das drin. Aber ich erzähle jetzt die Kurzfassung. Es ist so, ich bin ja fast 100 und seit etwa 90 Jahren melde ich mich am Telefon mit eingehängt und alle Bekannten und Freunde von mir wissen das und geben dann so ein Geräusch von sich. Wenn ich zum Beispiel eine Maschine, wenn ich zu dem eingehängt sage, macht der Brrrr. Oder mein Blumenhändler da vorne, wenn ich eingehängt, dann macht der Brrrr und so weiter. Und die anderen, die das nicht wissen, die legen dann auf, weil sie denken, sie sind falsch verbunden. Und nun bin ich inzwischen eingehängt, ja. Aber wie gesagt, es gibt noch eine längere, interessante Erklärung. Die steht in unserem Buch, das ist auch zum 40-Jährigen erschienen, Abenteuer Pudis. Ich bin also, ich habe neulich mal einen Artikel in einer großen Zeitung geschrieben, ich bin harmoniesüchtig. Und ich bin also eigentlich im Gegensatz zu den meisten Menschen, die ja nur meckern. Und sie brauchen alle Psychologen heutzutage. Je jünger sie sind, umso mehr Psychologen, habe ich festgestellt. Also ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit dem, was ich tue und getan habe. Und okay, da gab es Probleme immer und zwischendurch und es gibt auch immer, heutzutage gehört dazu. Aber ich denke schon, dass wir ganz gut gelebt haben. Wir haben ja auch eine schöne Zeit, wenn ich bedenke, dass mein Onkel fünf Jahre im Krieg war und fünf Jahre danach in Gefangenschaft. Und wir hatten hier das Glück, die Wende zu erleben, eine friedliche Wende. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache, das war spannend. Und das Leben in der DDR war lustig auch, trotz allem. Und ja, also eigentlich habe ich mich... Doch dann merkt es dir an, dass du... Ausglichen, ja. Ausglichen, ja. Ausglichen, ja. Wir sind unterwegs, sagen wir mal, also jeweils am ersten Januar im Friedrichstadt-Palast. Also kleinere Läden, wobei der Friedrichstadt-Palast, da passen ja fast 2000 drin. Aber ansonsten sind wir im Land unterwegs, wirklich in ganz Deutschland. So zwischen 800 bis 1200, 1500 Leute, wo wir eben auf Hockern sitzen und mit Akustikgitarren spielen. Also Unplugged. Wo dies akustisch genannt, gibt es auch eine Doppel-CD davon mit Schnitt. Und in diesem Jahr werden wir wieder auch dann schon ab nächsten Monat damit unterwegs sein. Ansonsten machen wir im Sommer, also vom Mai bis Oktober Openairs, sind wir unterwegs. Jeden Jahr am Pfingstsonnabend in Kamenz. Da gibt es eine Bühne, die ist so ähnlich wie die Waldbühne, passen zwar nur 10.000 drauf, aber sehr schön. Und dann sind wir im Freiberg auch wieder am 18. und 19. November. So und im nächsten Jahr haben wir so ein Projekt in Aussicht, das in Planung, das weiß ich noch nicht so richtig wie, aber vielleicht auch wieder mit Gästen. Und das Wichtigste ist, dass wir dann im nächsten Frühjahr eine neue CD veröffentlichen wollen. Wie die heißt? Das weiß ich noch nicht. Aber es gibt schon viele Titel, viele Titel, aber da wird sicher ausgesucht und wird vielleicht nur ein Drittel veröffentlicht werden von dem. Und dann machen wir vielleicht noch eine später. Naja, ich beantworte das immer so, also solange es uns Spaß macht, solange die Leute so gut drauf sind und solange wir gesund bleiben, wollen wir das tun. Und irgendwann wollen wir ja mit den Rolling Stones noch in Peking zusammenspielen, wenn die das durchhalten. Ja, Peter, dann kann ich nur sagen, für die nächsten Vorhaben und für, sagen wir mal, die nächsten zehn Jahre bis zum 50. Das ist ja so, das sind ja noch nicht mal zehn Jahre Bühnenjubiläum wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, habt viele schöne Ideen und macht noch schöne Musik, dass wir alle was von haben. Okay, danke schön. Danke schön. Okay. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020